Klass! Was? 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 Hattest du ne große Box, 4 verbleibende? Ja! Das ist noch ne mega Box. Acht verbleibende! Oh mein Gott! Superbam von Marvin Vloggt und Pukki. Die Superbam App mit Stickerpacks, Soundpacks und exklusiven Inhalten ist jetzt erhältlich im Google Play und App Store. Link in der Videobeschreibung. Ey Freunde was geht ab und herzlich willkommen. Bei einem anderen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde heute gibt es hier immer eine Folge... Was ist das? Was geht ab Leute? Was ist das? Hi Pukki! Hi! Hi Clashy! Was geht? Moin moin! Was geht ab Freunde? Hallo! Moin! Weißt du auch wieder hier am Schlüssel bist? Grüße gehen raus! Eine Sache wollte ich noch sagen. Moin! Genau! Moin moin moin! Moin moin moin! Leute ihr seht wir haben wir die üblichen Verdächtigen hier am Start und wir machen heute was richtig geiles und zwar gehen wir heute mal alle auf den Brawl Pass. So Leute und ihr seht gerade wir werden heute ein Battle machen. Big Box vs. Brawl Box vs. Mega Box Leute. Es wird richtig krass. Also ich nehme die Brawl Box. Ich nehme die Mega Box. Und ich nehme die Brawl Box. Ne die Big Box. Genau. So ist richtig. Richtig nice Leute. Schreibt mir unbedingt unten in die Kommentare was meint ihr wer wird dieses Battle gewinnen. Ich würde es mal gerne wissen. Und ja checkt gerne auch die anderen Jungs ab. Und ich würde sagen wir können jetzt einfach mal beginnen. Dann hatten wir da gerade eine Nachricht rein. Da steht Kevin ist dumm. Hey! F***** Gesicht. F*****. Okay. Warte warte. Warte warte. Creator Code. Pocky ist natürlich eingetragen. Kevin was du eingetragen? Ich habe auch Pocky eingetragen. Ähhhhh. Ich habe doch mal was anderes gesehen. Ähh! Ähh ähh. Kevin mach mal ein bisschen Ehrung. Gib mal Pocky ein. Der bezahlt das hier auch. Also das Kappa habe ich überhört. Porky bezahlt das oder wie? Ja, 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 genau. Nein, 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 ich bezahl das nicht. Am Ende will ich direkt noch von mir das Geld haben. Okay, du bezahlst das nicht. Lukas bezahlt das. Ah, Lukas bezahlt das. Von ihm kannst du das Geld holen. Dann würde ich mal sagen, Leute, lasst uns den jetzt mal kaufen, alle Stufen. Und das ist jetzt eine Zeitraffaufnahme. So. Erster. Pipas Milch ist ausgelaufen. Was für Erster war, wenn ich war Erster. Moin Leute, Pipas Milch hier. Porky, bist du bereit? Nein. Jetzt warte doch noch auf Kevin, der braucht doch noch ein bisschen. Warte, ich bin hier der Rentner an der Runde. Scheiben einen Gang runter. Wir sind ganz eh runter. Achtung, Pipas Milch ist rausgelaufen. Leute, ab 1.10. kommt die Milch vom Pipa raus. Wo ist er denn jetzt hin? Holt er die Pipa Milch oder was? Porky oder was? Ja, ja. Ja, ja, der holt die Pipa Milch. Aha. Ne, was denn jetzt los? Oh, scheiße. Das? Oh, ne. Och, ne. Jetzt habe ich einen Maracuja Saft auf meinen Macbook rauf gekippt, Alter. Das geht ja schon gut los. Oh, Junge. Das schmeckt mir gut an. Jetzt machst du das Macbook auch kaputt, so wie ich. Eieiei. Ja, let's go. Okay, perfekt. Jungs, können wir beginnen? Nö. Ja, ja. Achso. Nö. Nö. Okay. Okay. Das war's mit dem Video. Ja. Alter. Oh mein Gott. Das war krass gerade. Eine ganz kurze Sache noch. Und zwar, viele von euch haben sich ja gefragt. Ey Marvin, das eine Millionen Gift-Array mit Pookie ist ja jetzt vorbei. Wie sieht's mit den Gewinnern aus? Es ist so, dass wir jeden Tag drei Personen anrufen oder anschreiben, Leute. Das heißt, passt auf jeden Fall auf. Guckt auf euer Telefon, ob wir euch anrufen oder anschreiben. Denn es könnte sein, dass ihr gewinnt. Also, Leute. Und vielleicht bringen wir auch die eine oder andere Sache mal an euch vorbei. Aber das ist noch nicht genau raus. Und ja, das wollte ich nur kurz sagen. Eine ganz kurze Sache noch, Leute. Ich habe ja in letzter Zeit Gift-Arrays gemacht gehabt. Beziehungsweise vor ein paar Monaten. Und habe da die Gewinner nicht rausgesucht gehabt. Beziehungsweise konnte sie nicht, weil wir das ja über YouTube gemacht haben. Und ich dann die Kommentare rechts dran lang liefen. Und ja, ich dann halt gesagt habe, ihr sollt mich auf Instagram anschreiben. Und das haben viele getan. Und ja, leider auch haben wir das vielleicht getan, die nicht gewonnen haben. Beziehungsweise haben es einfach gemacht. Und deswegen tut es mir nochmal leid an dieser Stelle. Und falls ihr gewonnen haben solltet und ihr habt euren Gewinn noch nicht bekommen. Denn ganz, ganz wichtig, Leute. Schreibt mir auf Instagram. Aber, Leute. Eine ganz wichtige Sache noch. Ihr müsst beweisen können, dass ihr auch wirklich gewonnen habt, Leute. Sonst tut es mir leider leid. Weil sonst schreiben mich jetzt alle an. Deswegen ganz kurze Sache noch. Das wollte ich nur sagen. Ich würde sagen, jetzt geht es weiter mit dem Video. Lass mal starten. Ich mache nochmal die Brawl-Box. Poki, du machst die Big-Box, ne? Ja. Only Big-Box. Und Kevin hat die Mega-Boxen. Die Leg-Boxen. Das heißt, Kevin wird jetzt 10 Verbleibende ziehen, oder was? Achso, ja. Auf entspannt. Auf freundlich. Okay, dann let's go. Ich hole mir erst mal Brock ab. Let's go. Das ist ja laut. Alter, was? Brock, Ding. Hast du Brocki abgeholt? Ja. Oh mein Gott. Okay, dann mache ich das auch. Okay. Alter. Das ist doch nicht schade. Krank, Alter. Brock. Jetzt geht es da richtig ab. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott. Okay, ich mache dich fertig. Und Kevin dich auch. Ja, okay. Oh mein Gott, Scherch. Hast du gerade Scherch abgeholt, oder was? Ja, ja. Du hast den abgeholt, den hättest du auch ziehen können. Ja, das stimmt natürlich. Oh! Alter, was? Ich habe Kevin gezogen. Oh, Boxerin. Marvin, du glaubst nicht ernsthaft, dass du irgendwas hier heute reißen wirst, ne? Also mit deinem Brawl-Boxen. Ich werde total was reißen. Das glaubst du. Das glaubst du. Alter, krass. Was? Hä? Das war 4 Verbleibende. Wie geht das so gut verarschend? Hä, eh nicht. Was habe ich denn gerade geöffnet? Was? Was? Hattest du eine große Box 4 Verbleibende? Ja. Ach, laber, kein Digga. Und keinen Brawler. Das kann ich das. Hä? Maschallallee, ja, bündeln. Das geht eigentlich gar nicht. Hä? Ich schwöre, ich lüge nicht. Du hast doch gerade gesehen, ich habe keine Mega-Box hier abgeholt. Es waren gerade 4 Verbleibende. Lüge nicht. Ja, ja, ja. Hä? Wie geht das? Digga, das ist total selten. Das passiert fast nie. Das kann doch gar nicht sein. Wie geht das? Das ist die 10 Verbleibende große Box eigentlich. Ey, warte mal. Das macht gar keinen Sinn. Naja, es geht doch eigentlich gar nicht. Das ist irgendwie so ein Bug. Ihr lugt beide rum. Digga, das ist jetzt... Also Marvin jetzt retort. Ich mache jetzt erstmal den zweiten Monitor an, damit ich auch mal was sehe. Marvin, das ist jetzt kein Joke. Ich habe wirklich gerade 4 Verbleibende gezogen. Poki lugt nicht. Ich lugt nicht. Ich habe sie eh schon geskippt, aber ich habe die wirklich gezogen. Hä? Das würde ich dann erstmal sehen. Okay. Ich glaub dir. Ja, Digga. Also Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, was das jetzt war. Ich habe mich gerade so gewundert. Nein. 4 Verbleibende. Gar keinen Sinn. Digga, das passiert. Das geht eigentlich gar nicht. Und dann nicht mal ein Brawler-Head. Also das war ganz, ganz gut. Alle Jungs ausrasten jetzt. Oh, scheiß Boxe. Alter. Ich komme gerade nicht darauf klar. Also irgendwas war hier gerade verpackt in der Matrix. Jetzt ich ziehe die Box drin. Ich glaube ganz ehrlich, dass es ein Bug war und das eigentlich eine Mega Box war, aber eine Big Box angezeigt wurde, weil es macht keinen Sinn. Alter, der erste Brawler ist einfach Mariko. Wie geht das denn? Also bitte erklärt mir das mal. Das geht auch eigentlich gar nicht. Was hast du mit ihm gemacht? Ich habe eine Brawler-Box geöffnet und aus dem Shop eine Graz gekostet. Hast du dich ein bisschen verlaufen? Ich habe sechs. Oh, Digga, also Leute, bitte schreibt mal in die Kommentare, was das für ein Bug war. Männer wie wir, die dämen alles ran. Männer wie wir. Hä? Kennt ihr es nicht? Was zum F***? Alter, wo bin ich denn? Was ist bei dir denn passiert? Was geht denn hier eigentlich ab, Alter? Hä? Das wird ein neuer Brawler. Die Brawmeisterin! Als ob ihr das nicht kennt, Chat, schreibt also, äh, äh, Leute, schreibt es mal in die Kommentare. Woher kommt das? Also Jungs, ich will ja nichts sagen, aber ich bin fertig. Du bist fertig. Was? Ich habe nichts gezogen. Warte mal, was hast du jetzt alles geöffnet? Der erste Brawler ist Rico. Hä? Warte mal, was? Oh, was? Okay, also Kevin führt bis jetzt auf jeden Fall, aber ich habe noch die Hälfte vor mir, also... Ähm, aber da hast du gar keinen Brawler gezogen? Hä? Warte mal. Wie viele Boxen gibt's denn, bitte? Wie viele Free Boxen? Da gibt's ja fast gar keine. Lol. Ich hab' ihr jetzt hier schon, äh, abgekackt. Was ist das denn? Jetzt schaut mal ein Glitz. Lol? Äh, heute ist ja... Supercell. Was habt ihr denn gemacht? Schaut mal Jungs, was ich machen kann. Hier, ich kann Hexen, warte mal. Da, wow. Hä? Hä? Was? Was ist das denn? Hä? Ich check heute gar nichts, alter. Es ist heute alles komisch, ich muss das Gamer neu starten. Hä? Verbleiben da aus einer Big Box, hier zum komischer Glitch hier, ich check's nicht. Was ist da los? Brawlstads kaputt, alter. Ja, ist so, wie Brawlstads, drei YouTuber machen Brawlstads kaputt, haben wir schon einen Titel, perfekt. Genau. 6. Hallo, moin. Ey, Jungs, was soll ich denn jetzt machen? Durrl. Ups, sorry. Kann ich die Mega Boxen mit öffnen? Nein, das wär komplett sinnlos. Wir gucken jetzt erstmal, wie viel gezogen wird. Ja, warte jetzt erstmal, warte. Also eigentlich hab ich's gewonnen, weil ich hab vier Verbleibende gezogen. Das kann halt eigentlich nicht sein. Ich weiß nicht, wie das passiert. 7! Let's go! Okay. Okay. Jaja. Und der erste Brawler ist? Bawley. Und der zweite Brawler ist? Carl. Achso. Carl. Okay, Kevin, ich warte, bis es blinkt. Carl, Carl, Carl. Ja, okay, warte, ich hab auch wieder 6. 3, 2, 1, go. 1, und gun. Ich hab' mich examiniert. Ich hab' mich examiniert. Ich hab' mich examiniert. Let's go, nice! Erster Legendär hier in dem Video. Sehr schön. Nice. Ich hab' 5. Und das ist die Supercell IT. Let's go. Jetzt interessiert. Moin, 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 moin. Ich hab' letzte Megabox. Ich hab' 6. Okay, ich hab', äh, ich bin durch. Perfekt. Wow. Oh ja, dann wart' ich noch ein bisschen hier, bis noch irgendwas passiert. Machen wir jetzt. Ja, was machen wir jetzt? Ich bin traurig. Warte, warte. Ich kann mir noch eine Bigbox kaufen im Shop. Moment. Da zieh' ich jetzt einfach 10 verbleibende. Let's go. Pam. Ja, da ist gar nichts drin. 2. Kevin öffne jetzt und dann machen wir einen Zwischenstand und dann drehen wir um. Oh, Pipas Milch ist ausgelaufen! Okay, nicht schlecht. So, dann gucken wir mal, wir vergleichen mal, wie viele Punkte wir haben. Also, ich habe 4, 6, 8, 10 Punkte. Nice. 18. Du Kackete. Ich hab' Kevin gezogen. Ich mach' jetzt die Brawlboxen, Marvin macht jetzt die Megaboxen und Kevin macht jetzt die Bigboxen. Oh nein, Pipas Milch ist ausgelaufen! Also, wenn ich jetzt aus dem Brawlboxen was ziehe, das war schon zu wild, muss man ganz ehrlich sagen. Jaja, das wäre... Die einzige Sache, die du ziehst, das ist Ohrhaar. Was ist, das ist Ohrhaar? Mein Nachbar hieß früher so, also der früher da gewohnt hat. Ich grüße alle Ohrhaars. Ich grüße auch alle, die Ohrhaar heißen. Ich grüße alle Lukasse. Und alle Kevine. Und alle Marvinen. Marvinen. Ich grüße alle Heliumboxer. Schreibt mal in die Kommentare, euer Kopf ist geplant. Also, ganz ehrlich, die Brawlboxen haben echt gut gegönnt, muss man sagen. Ich hab' nichts gezogen. Und das sind übrigens keine 25, das sind wahrscheinlich so 13 oder so. Oh, ich hab' die Bohrmeisterin. Alle Jockey, die Bohrmeisterin. Die macht so. So. Es sind übrigens 16 Brawlboxen, falls ich mich nicht verzählt hab', aber gut. Kann man mal machen. Genau. Kann man mal machen. Tara. Let's go. Habt ihr schon mal neun Verbleibende gesehen? Wenn nicht, dann schaut ihr jetzt zu. Ja. Jetzt geht's ab. Ja. Okay. Ja, ja. Ich warte, ich warte. Pass mal auf, Kevin. Ja, ja, ja. 3 Verbleibende. Ja, Mann. Ja, was machst du denn gerade auf? Oh, Darrell. Oh, Doritz. Ich hab' ne Megabox geöffnet, ich bin so ein Idiot. Oh, Pocky, ey. Du hast die Megabox Pause. Ja, zum Glück nichts gezogen. Zum Glück nichts gezogen. Alles gut, alles gut. Okay. Ja, gut. Also, wir können eigentlich wieder einen Switch machen. Ich bin durch. Oh, 2. LOL. Okay. Let's go. Kann man mal machen. Oh nein, das hätten auch 7 sein können oder 8. Natürlich. Gar kein Gadget. Oh Mann, ich kann noch Gadgets ziehen. Oh, und die Boxerin. Hi. Ein Pärchen in einer Box. Nice. Oh, ich hab wieder was. Ich hab wieder was aus der Bekebocke. Okay. Warte mal ein bisschen auf Milch. Warte mal. Ja, okay. Ich warte auf Pipas Milch, die ausläuft. Okay. 5. 5. Komm, Marv. Oh, oh mein Gott, Junge. Nein. Quo. Er steht Quo. No way. Du musst mich verarschen. Warte, ich mach auf. Nein, ich hab die Idee, den Pinguin. Ja, okay, warte. Jungs, 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 Jungs. Ihr bleibt jetzt in dem Screen. Ich vervollständige das ganze Ergebnis jetzt hier noch ein bisschen. Okay? Ja, 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 ja. Moment, Moment, Moment. Wir machen das ganz kurz. Ihr wartet jetzt hier alle. Ich zeig euch jetzt was richtig krasses. So. Ja, ja. Jetzt zieh ich 10 verbleibende. So, Marvin, jetzt guck und staune. 5 verbleibende. Super. Wirklich ausgezeichnet. Guck und staune. So, next one. 5. Hä? Ich zieh nicht. Ich zieh nicht. Warte, warte, ich zieh jetzt 9 verbleibende. Ach, 6 verbleibende. Das ist natürlich super. Oh, 6. Alter. Oh, die Biene. Oh, warte, das wird noch besser. Vertrauen mir. Vertrauen mir einfach. Okay? Hallo. Why are you doing this? Warum kommt da denn nichts? Sammel sonst einfach Surge ein. Das sieht auch schön aus. Ich sammel. Oh, da ist noch ne Megabox. Achtverbleibende! Ich bin der Meister. Abonniert mich. Abonniert mich. Oh mein Gott. Es zieht einfach nochmal hart. Das ist ja mal, das, also jetzt lass doch mal wirklich einen Daumen noch runter auf dieses Video. Was ich hier alles mache. Cookie würde jetzt sagen, das hätten noch 9 sein können, Leute. 9. Ich will mich darüber nicht mehr aufregen. Das ist, glaube ich, das 14. Mal, dass ich 8 gezogen habe. Hallo? Ja, es waren gerade 15 Mal 8 verbleibende. Du, irgendwann verbleibt mal keiner mehr, wenn ich eine Attacke gekriegt habe oder irgendwie. Ja, aber das waren... Dann hast du 0 verbliebene. Nein, dann habe ich 9. Ach, Mann. Ach, Mann, ey. Okay, ja gut, dann würde ich sagen, ich öffne mal und ihr guckt zu. Let's go. 3x Gadgets. Gadget Nummer 1. Aha. Gadget Nummer 2. Ja. Gadget Nummer 3. Was? Ach, du Kacke, Digga. Jetzt stellt euch vor, ich hätte noch ein paar Brawler gezogen da hinten dran. Ach, du Kacke, Digga. Oh, Junge. Oh, mein Gott, Alter. Holy Patoli. Das war doch meine fette Sache. Das war krass. Nice. Okay, dann können wir uns eh weitermachen. Ich bin jetzt eh schon durch. Ich habe, glaube ich, nichts mehr. Ja. 7. 0. Okay. Jetzt wird aber echt hier gegönnt. Und ich habe eine Packet. Und... Ein Gadget und... Komm, Shady. 6. Ja. Komm, man. Wünsch in die. Oh! Pipas Welt ist zum Platz. Oha. Läuft. Ey, bei mir gönnt er nicht mehr Männer. Was soll das denn jetzt hier? Und... Oh! Spreit! Digga, was ist denn jetzt los? Ey, jetzt läuft es aber richtig. Ja, Mann. Jetzt gönnt er wieder. Wir haben den Gönnjamin angeschmissen. So, ich mache jetzt die kostenlosen Brauboxen. Die gönnen jetzt, Jungs. Aufpassen. Die werden auf jeden Fall gönnen, Alter. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, ich habe Nani aus einer Dings gezogen. Hä? Oha, Kevin. Ey, guck mal, ich habe schon eine Checke. Hä? Na komm, Alter. Das Brause ist ja so komisch drauf, Alter. So, Kevin, ich öffne jetzt hier noch die letzte Mega-Box. Come on. Sechs verbleibende. Aha, aha, aha. Okay, okay, okay. Auf drei. Drei, zwei, eins. Und let's go! Oh, Kevin. Oh, Penny. Kevin, du hast die wirklich hier. Achtung, ich sammle jetzt noch Shrch, Shrch ein. Und... Was? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ein Wahnsinn. Sechs verbleibende. Das ist Wahnsinn. Warum kriegst du Melch den Bier? Oh, Eiscreme. Oh, Höhle, 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 Höhle. Und, oh, die Kneipenschlägerin. Yeah, Mann. Was geht, Bi? Hallo Kneipi. Kneipi? Ja, genau. Moin, 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 Moin. Moin, Meister. Und der erste Brawler ist Rico. Kalk. Oh, was? Kinder, wir sind fertig. Wollen wir mal kurz zeigen, was noch so ansteht, bevor es hier war? Ja. Komm, wir machen jetzt hier mal Dings. Porky, du hast verliert. Porky, du hast verliert. Ich hab so hart verliert. Ja, guckt euch das an, Alter. Kevin, wie viel hast du verliert? Ich hab... Ich hab... Ich hab... Kein Kro gezogen. Ich hab die Krähe, Leute. Schreibt mal Hashtag Krähe in die Kommentare. Ja, also, ich bin heute Loser. Schreibt Hashtag die Loser in die Kommentare. Nein, nein. Schreibt Hashtag cool in die Kommentare. Ja, genau. So, Leute. Das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, die Daumen nach oben lassen. Checkt die Jungs ab. Und das war's. Tschüss. Tschüss. Tschüss.